Kleinen, aber auch feinen Fortnite Battle Royale Livestream. Ja, wie schon im letzten Video, klein angeteasert, mache ich heute einen Fortnite Livestream. Leute, ich muss aber kurz mal Realtalk reden. Und zwar hatte ich, bevor dem gestrigen Livestream, habe ich wirklich keine Videos hochgeladen oder eben Livestreams gemacht, weil ich einfach mega krank war, aber ich trotzdem zur Schule gegangen bin. Der Arzt und meine Mutter haben alle gesagt, nee, nee, bleib zu Hause, bleib zu Hause, ist zu gefährlich und so. Aber ich, ich Idiot, ich wollte einfach in die Schule gehen und bin ich dann letztendlich einfach auch gegangen. War echt mega dumm von mir. Aber kann man nichts machen, deswegen kamen keine Videos. Aber jetzt mal noch ein anderes Thema. Und zwar, Leute, habt ihr im letzten Video gesehen, einmal wie ich glaube ich 9. geworden bin, da habe ich gefehlt. Und wie ich am Ende einen epischen Sieg gemacht habe. Und Leute, ungelogen. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen 4 epische Sieg-Gameplays in Solo aufgenommen. Aber ich habe auf meinem Mac nur, habe ich die Aufnahmedateien einfach nicht mehr gefunden. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Das Einzige, was ich noch gefunden habe, war das Letzte, was ihr dann auch gesehen habt. Auch heute das Gameplay, dieses, wo ich 9. geworden bin heute im Video, ist erst heute aufgenommen worden. Aber egal, auf jeden Fall hatte ich nachher nur noch eine 3-Sekunden-Aufnahme, wo halt dann ein epischer Sieg stand. Und deswegen habe ich das einfach zum Ende nochmal ins Video mit reingepackt. Und deswegen dachte ich mir so, ey, komm, ich probiere einfach heute nochmal im Stream einen Sieg. Es wird kein oberlanger Stream sein. Aber ich dachte mir einfach, komm, machst du heute einen Stream. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich heute am Abend noch ein Gameplay aufnehmen kann, was ich, was die Audiodatei dann aber auch speichern wird. Das heißt, sie wird es dann speichern, hoffe ich zumindest. Ansonsten wäre es halt mega kacke, ne? Aber ja, egal. Auf jeden Fall probieren wir jetzt nochmal ein Gameplay zu erspielen. Der Schlachtbusch startet auf jeden Fall jetzt hier in 4 Sekunden. Ihr seht schon, ich habe die Funkel-Spezialisten freigeschaltet. Ich werde die aber auch, ich werde auch den schwarzen Gitter bald haben. Aber egal, wir kommen natürlich von unserem Lieblingslootort und da gehen wir direkt mal hin, nämlich zum Gefängnis. Ich bin mal gespannt, was so funktioniert. So, unser Tower ist nicht belegt. Und da ist keine Kiste drin. Egal, dann nehmen wir uns halt hier und gönnen uns einen Sniper. Das bringt mir gar nichts. Aber das bringt mir was. Perfekt, Jungs. Ähm, den trinke ich mal. Ähm, auf Billo. Auf Billo und mich legt gerade jemand ein. really cool, ja? Und dann. Und dann? Ja, das ist gut. Und dann. Und dann? Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 wäre auf jeden fall mega cool da habe ich nämlich noch nicht so viele abonnenten muss aber hier war doch noch einen auf jeden fall hier nicht so gut was ich hier gerade mache kalte hände easter moin auf jeden fall zwei zuschauer mega geil auf jeden fall auch alle mal auf meinen anderen kanal abchecken real scribes könnt ihr gerne mal machen misst ihr aber nicht ne ist frei da werde ich auf jeden fall denke ich mal morgen oder so auch wieder auf twitch streamen aber höchstwahrscheinlich fifa aber ihr könnt auf jeden fall dabei schauen so ich so der stream startet auf jeden fall schon mal gut alter ich sag's euch mein bruder kommt einfach gerade so rein ich sag ihm so stream alles ist jetzt weg ne und er so er setzt sich einfach hin und zockt ne kleiner roman so oder sehen wir doch ein wo ist Und... 1, 2, 1. Hä? Leute? Sei leise, Alter. Wutte! 1, 2, 3. Ah, ja, ja, ja. Wutte! Wutte! Mann, ich hör nichts! Mach den Spiel-Sound leiser! Junge, ich hör gar nichts! Mois! Geile erste Runde auf jeden Fall, Leute. Ich könnte hier schon wieder ausflippen, Alter. So, so. So, so. So, so. So, so. Stream startet auf jeden Fall schon mal gut. Chaos ist da. Es gibt's nicht, dass ich keinen Solo-Win schaffe. Ich weiß nicht, wieso. So, so. So, so. Und das mit der Audio-Datei. Und und und. Das ist echt nicht mehr witzig. Ich kann in der Aufnahme, ich hab glaub ich für euch noch nie einen Solo-Win hochgeladen. Mega Abfuck! Mega, mega Abfuck! Aber das wird sich jetzt ändern, so. Jetzt gehen wir hier mal auf Title, Leute. Mit uns nicht, ne? Der Stream wird nicht scheiße. Das wird nicht so sein. Das Problem war auch, ich hatte einfach keine Fernkampfwaffe und ich habe die Schritte nicht gehört, weil mein Mikro auf linkes Ohr war und das ist auf jeden Fall nicht so gut. Sorry, wenn ihr meinen Bruder im Hintergrund ein bisschen hört. Aber der hat halt Husten und ist krank. Darum sollst du jetzt hier auch nicht im Stream gehen. Wir probieren auf jeden Fall jetzt den Stream noch mega geil zu machen, indem wir mal auf Title gehen und da ein bisschen abräumen. Wir könnten jetzt Double L gehen. Shut up! Nein, nein. Bats, Crossbow, das war der, den wir am Haus gesehen haben. Ist okay, erster Kill, Leute. Jetzt gehen wir aufs Dach und holen da ab. Oh mein Gott, die bringen sich gegeneinander um. Oh, Alter. Schlürfig. Nee, der hat hier schon alles gelootet, ne? Nee. Hä? Über mir ist ne Kiste, oder wie? Ja. Bugelgranate. Ja, okay. Nehm ich halt einmal mit. Nee. Hier ist auf jeden Fall nix mehr. Ich sag nix mehr, Leute. Der Streamer beginnt ja absolut scheiße. Absolut. Okay, wir reisen uns jetzt zusammen, Alter. Das ist unmöglich. Unmöglich. Wie kann dieser Schuss, der war in seine Brust und er connectet nicht. Er connectet nicht. Geil. 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 Ey, ich will jetzt hier mal nen Win schaffen. Es gibt's nicht. Immer wenn ich streame oder ne Aufnahme mache, ich schaff den Win nicht. Dann kann ich mich hier schon wieder aufregen. Mein Movement ist auch mega kacke, weil ich mit dem Mikrofon so hart nach vorne muss und dann ist halt eben wirklich mein Ding, ähm, mein Movement kacke. Warte, ich kann mal was probieren hier, dass ich das hier so nehme. Nee, das geht auch nicht, ne? Das ist auch nicht besser. Dann werde ich einfach nicht so viel geben, ne? Ist ja egal. Ja, auf jeden Fall mal Snoopy Green Hose. So, so. Let's go. Und raus hier. Hm, 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 hm. Ich muss mal aufhören zu zoomen, aber das ist so der Ohrwurm. Das ist halt echt nicht mehr normal. Not real. Not real. Nur so. Das gibt's nicht. Ich schaff keinen Win. Ich hab jetzt zwei Spiele gemacht und einen Kill. Das ist halt echt nicht mehr normal, ne? Wie viele gehen denn hier hin? Einer. Mach's nicht, mach nichts. Mach nicht den und nimm mir das Gebäude. Bescheid? Ok, danke. Okay. Mousse. Hä? 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 Sejf var det då? Hä? Ich weiß es nicht. Was ein Schock. Was ein Schock hier. Hä? Er denkt sich gerade so, oh mein Gott, den hole ich, den hole ich. Und dann, oh no. Er hat nicht mal eine M4, er ballert mit einer Burst auf mich. Komm, die Zone kommt halt nicht. Okay. Ja. Komm. Ist doch egal jetzt hier einfach, ne? Ich geh hier hin. Oh mein Gott, ey, er fuckt ab, er fuckt ab. Mousse. Ich war gerade auf dem anderen. Komm. Ja, das ist mir doch egal, was du da machst. Leute, falls ihr auch kleine Brüder oder Geschwister habt. in die Chats. Und da ist die Kiste. Und noch ein Schildi. Und noch ein Schildi. Oh. Oh. Na ein 4. Na ein 4 hier, ne? Das ist ja hier schon mal ein... Gut, auf jeden Fall. So. Die Zone kommt wirklich sehr, sehr schnell. Aber, für die Kiste haben wir noch Zeit. Oh. Ich hab, als ob ich jetzt echt fast die Kiste abgebaut hätte. Und da haben wir die Armbrust noch einmal. Die geb ich für diese hier weg, weil die ist halt echt nicht gut. Und der Sniper kann halt echt immer mal weiterhelfen. Oder, wie gesagt, eine Armbrust. Und jetzt, äh... Komm jetzt. So neuer. Loot hier noch am Start? Ne? Okay. Egal, Leute. 28 Gegner noch. 200 Leben plus nochmal 100 Leben ist schon sehr, sehr gut. Der Loot ist jetzt zwar nicht so optimal, aber... Äh. Nicht. Ich sag's jetzt mal so. Nicht der Loot entscheidet, wer gewinnt. Sondern die Spielart. Perfekt. Perfekt. Für die Leute, die die Armbrust im gestrigen Stream nicht gesehen haben. So schießt die. Ist ziemlich schwer. Hier könnt ihr noch mal kurz anschauen. Ähm. Schaden 75. Ähm. Es, äh... Finde ich persönlich, eher so ne Spaßwaffe, für die man mal Spaß so mitnehmen kann. Aber man muss nicht unbedingt, ne? Also... So finde ich das Ganze. Findet natürlich jeder anders. Jeder kann anders snipen. Für mich ist es natürlich ne Sniper. Ich hätte mir von ner Armbrust aber mehr erwartet, bin ich ehrlich. Aber, ja. Ist ja nicht unsere Sache. Ein Baumstamm gibt 17 Holz. Und hier ist einfach nur so ne Truge. Mäus. Ich hab nicht mal ne grüne M4 oder so. Aber dafür hab ich fast... Mit den Schildtränken, ne? Hab ich einfach 300 Leben. Und das ist schon sehr, sehr gut. Und... Der Schuss war aber nicht auf mich. Egal um 20 noch. Und kann eine gute Runde werden. Ich denk nicht, dass das ein Sieg wird. Ich hab ein bisschen Angst, dass von Thailand Paar kommen. Das denk ich nicht mehr drin. Wo ist er? Wo ist er? Okay! Hey! Digga! Von überall! Überall, Mann! Oh Scheiße! Fuck! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Oh mein Gott! Da oben wurde gebaut. Von allen Seiten. Ich bin jemanden kaum auf jeden Fall. Ich bin jemanden kaum auf jeden Fall. Alles gut? Mein Bruder hustet hier so hart, ey. Nicht mal witzig. 14 noch am Start und ich muss auf Toilette. Oh mein Gott, Jungs. Ich würde den ganzen... Ich würde den ganzen... Sorry, wenn ihr meinen Bruder hört hier ein bisschen. Aber er hat halt echt starkes Husten. Und das... Kann ich jetzt hier auch einfach nicht sagen, dass er hier aufhören soll. Ah, hier. Was ist mit der Sohne los, Junge? Was ist mit der Sohne los, Junge? Nein. Für du, im Böne. Okay. Digga! Oh mein Gott, nein! Was mache ich? Was mache ich? Den lasse ich liegen. Den nehme ich mit. Und weiter. So. Elf noch am Start. Scheiße, Mann. Okay, ja. Was mache ich? Was mache ich? Sniper lasse ich hier einfach. Nee, das kann ich nicht machen. Was mache ich? Ja komm, ich muss es so lassen. Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Nein. Das war's dann, Digga. Nein! Wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Bin ich behindert, Mann? Das gibt's nicht. Was ist los? Ich habe mich nicht bewegt. Mein scheiß Controller. Digga, er bewegt sich und jetzt sterbe ich. Mann, Epic Games. Das fuckt ab. Ohne Spaß. Da brille ich ins Mikrofon, weil es einfach so eine Verarsche ist. Ich kann kein Sieg-Gameplay aufnehmen. Ohne Spaß. Es geht nicht. Die Welt ist gegen mich in Fortnite, Alter. No way, Alter. Der moilert halt nach, Alter. Mann, ey, kotzt Sam. Wir gehen mal, please, in Park Main-Gebäude. Auf ein neues. War grad ein bisschen ab, fuck. Egal. E-gal. Wir probieren's nochmal. Kellerhaus ist da. Bin ich, nicht unbedingt mal, ich habe ihn mal wieder. Ohne. Das war doch. Das war doch. Ich war doch. Ich war doch. Ich war doch bei dir. Ich war doch ein bisschen. Fynn- werde ich über das. Wir bekischen hier. Das war ja noch mal, bei mir. Ich war doch sicher. Aber ich war doch. Ich war voll. Ich war doch hier nicht, es war doch nicht so. Ich war doch noch nicht immer. Meine Bitte ver işi. Ich war doch nicht so. Vielen Dank. Schuld bin ich selber, weil ich in der Ecke sitzen geblieben bin, sondern in einem anderen Skin hier. Spend, Oberknacker und den Siegesfallschirm. Ja, okay. Hier. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Nee, das gibt's nicht. Ich schaffe keinen Sieg. Ich schaffe keinen Sieg. Falls ich es heute nicht schaffen sollte, einen Sieg zu erspielen, was ich aber nicht hoffe, dann werde ich mich jetzt gleich nochmal hinsetzen und für euch ein mega krasses Sieg-Gameplay erspielen, weil ich hab da, wenn ich zwölf Stunden dran sitze, ich hab da jetzt echt keinen Bock mehr. Euch die ganze Zeit Livestreams zu liefern. Ich will euch ja auch guten Videocontent bringen. Dann gehen wir halt nochmal auf, oder wisst ihr was, wir gehen mal auf, nee, wir gehen mal nochmal auf Thailand, wir probieren's einfach nochmal. Ich spring jetzt hier schon mal raus, weil dann kann ich hier besser bei dem ersten Gebäude landen und das ist, denke ich, Blue Ease, ja genau, das ist Blue Ease. Hier seh ich auf jeden Fall schon mal ein paar, unser Plan ist, Blue Ease zu gehen und dann zu tanken, das ist unser Plan, denke ich mal. Geil, echt geil. Geil, echt geil. Perfekt. Okay, Mois. So. Geht hier? Ja. Oh, zeig dich. Da. Moin. Sind wir müde? Ja, ne? Ja. Ja. Nehm ich mit. Ist okay, ist okay. Ja, nehm ich noch was sagen. So. Da drüge ich auf jeden Fall noch eine Kiste. Da. Ne. Guckt euch an. Oh mein Gott, was? Das gibt's nicht. Guck wie das raussteht hier. Na ja, dir geht's gar nicht gut, ne Digi. Hashtag Mitleid in die Kommentare für meinen Bruder. In die Kommentare, Mois. Danke. Thank you. Thank you, Leute. Thank you, Leute. Ah. Ah. Ah, nice. Das ist klar. Ne. Was mache ich denn hier? Das wird bearbeitet. Zugemacht. Nein. Oh. Häi. Was ist das, was du? Was ist das? Was ist das, was ich? Heri? Was ist das? Wir sind the only. Was ist das? Yes! Scar regelt. Waren hier nicht irgendwo noch Bandages oder sowas? Nee. Der eine am Dach, der hat auch gut kassiert. Der hat das Safety Core Schild. Ich versteh nicht, wie man die bearbeiten soll. Hier oder so? Hier irgendwie was? Hier und hier. Nee, kein Plan, okay. Was hat der denn so viel Loot? Okay. Okay, okay, okay. 29 noch im Leben. Ich will jetzt hier einfach mal einen Winner spielen, Jungs. Das gibt's doch hier nicht. Dass diese Audiodateien einfach nicht klappt, hier mit den Dateien. Okay. Okay, 28 noch. Auf jeden Fall noch. 27, okay. 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 Okay, okay, okay. Auch mal ein bisschen Heal oder so. 26 noch. Okay. 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 Das ist dir hab ich zu sehen. Da kann ich mich so schön aussehen. Wie lang ist das? Ich bilde mir ein, ich hab Schüsse gehört. Von der Armbrust. Ja, so viel Glück gibt es doch gar nicht mehr. Perfekt. Ska-Muni oder so. 18 noch. Hinter mir ist ein ziemlich Teil. Ich höre ihn schon wieder nicht. Guck mal, wie er spielt, Alter, er braucht 500 Jahre, bis er baut, Mann. Ja, lass die Ska halt liegen, ey. Oh mein Gott, ey, fuck das mich schon ab. Ey, so ein Loop! Aber ich höre die ganze Zeit Schritte und weiß nicht von wo, weil er so ekelhaft und zick-zack spielt, ey. Mann! Mann, ey, das gibt es nicht. No way, Mann. Ich schaffe keinen Sieg, ich sag's euch, ich schaffe es nicht. Ich bin zu dumm dafür, ey. Alter. No way. Es ist echt nicht mehr anschaubar, was ich hier zusammenspiele. Jetzt fang ich auch schon an hier zu husten. Oh nein, einer mit dem Wind. Okay. Hier ist die Falle. So ein Noob, Alter. Nice. Oh, da bin ein Paar. So. So. Soios. So, Jungs. So, so. Oh. Ich habe auf jeden Fall noch ganz viele Gegner hier gesehen. Oder was heißt viel? Okay. Soios. 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 Okay, Leute. Oh mein Gott. Soios. Soios.